Guten Tag und Willkommen zur nächsten Folge Minecraft. Ich muss nochmal Internet schließen. Wartet mal kurz. So, wieder da. Gestern, also Sonntag, kam keine Folge. Hat man bestimmt gemerkt, weil ich offscreen gearbeitet habe und viel Zeit investiert habe. Ich werde nämlich hier hinten etwas bauen. Ich hoffe, die Erde ist jetzt noch da, aber nein. Hier. Kommt vielleicht ein oder anderem bekannt vor. Vielleicht nicht so, wie es jetzt aussieht, aber Ich werde die Farm von Gronkh und dem Divitor LP zusammen mixen. Etwas kleiner, aber zusammen. Hier hinten habe ich, das war hier alles Berg. Das habe ich erst mal alles weggemacht. Ich weiß noch nicht, wie hoch die Türme werden sollen. Das wären eins, zwei, drei, vier. Vier Früchtetürme, beziehungsweise ein so großes Haus. Und das wird dann hier runterfließen halt. Und es ist hoffentlich, ich hoffe es wirklich, genau ausgemessen. Und wird auch hoffentlich passen, dass das dann hier gleichzeitig dann mit einem Knopfdruck, oder vier Knopfdrücken, weiß ich noch nicht, wie ich das mache, bis hier hinten fließen soll. Hier so. Wahrscheinlich. Das soll die letzte Ebene werden hier. Ja. Und daran werden wir jetzt weiterbauen. Holz habe ich gefarmt. Ich war nochmal in diesem Schwarzbaum-Wald. Hab ein paar Bäume gefällt. Ja. Ich glaube, vier Stacks oder so. Weiß ich nicht genau. Ich glaube... Drei... Ich war drei Tage hier im Spiel, also nicht durchgehend, aber fast durchgehend. Fast durchgehend, echt. Super. Ja. Und das wird dann alles noch angepasst. Hier die Erde. Ja, gleich hier gepasst. Das wird noch richtig Arbeit. Noch ein. Fuck. Scheiße. Nee, passt doch. Gut, gut, gut. Hier Karotten. Kartoffeln. Weizen. Was gibt's denn noch? Die man so anpflanzen kann. Gar nichts. Werde ich... Dass ich irgendwas da noch hinmache. Vielleicht Weizen für Brot. Passt. Super. Aber... Ich habe... Ich baue das... Mach das mit dem gleichen Stil wie da drüben. Und... Es ist schon wieder dunkel. Das wäre nicht klug. Ich weiß nämlich nicht... Ob das jetzt aufgehen würde. Scheiße, scheiße. Scheiße. Lauf. Lauf. Schneller. 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 Noch schneller. Und noch schneller. Und ich baue schon wieder das nächste Projekt hier. Und das ist noch lange nicht fertig. Ich benutze das Holz dafür. Alles. Muss ich ausgehen wieder. Holz farmen. Weil ich das nicht in der Folge machen will. Da habe ich schon, glaube ich, drei Hilfe. Drei reine Holzfarm folgen. Oder mehr. Ich weiß es nicht. Und das ist nicht schön. Ich werde jetzt einfach von unten erstmal die Etagen einteilen. Und den Creeper da beseitigen. Ich muss ja nicht hüpfen können. Obwohl. Und ich habe einen Bogen gedauert. Und die unterste Etage wird ein höher. Oder von Weitem sieht man das eigentlich auch nicht. So. Passt. Handy, Handy, Handy. Ich konnte eigentlich auch nicht viel aufnehmen. Darum wird das alles wieder live aufgenommen. Fast live. Ich war nämlich letzte Woche auf dem Lehrgang. Da war ich Montag eine Stunde zu Hause. Wach. Wach. Versteht sich. Montag war ich zehn Minuten zu Hause, um meine Sporttasche zu holen und gleich zum Training. Wenn ich es ja gleich mitgenommen hätte, ist der hier falsch, wäre ich gar nicht zu Hause gewesen. Weil ich bis zehn trainiere dann und den falsch setze. Nein. Dann einfach gleich ins Bett gehen, wäre das immer je. Eigentlich immer. Öh. What? Nee, dann ist der falsch da oben. Super. Das wird komisch aus. Aber bestimmt nicht schlecht. Nicht schlecht. Ähm. Na, es werden... So und so. Sieht aber sehr komisch aus. Ne, das werden so breite Fenster. Ich sehe gerade das Folge gleich vorbei. Aber wir werden... Ich werde hier gleich die ins Rennen anpacken, damit die heute, also Montag, noch rauskommen wird. Mhm. Und dann werde ich gleich weiter aufnehmen. Also, guckt mal in die Videobeschreibung. Dort ist Twitter und Facebook verlinkt. Könnt ihr ja mal vorbeigucken. Also, ich sag. Tschüss. Bis zum nächsten Part. Wir sehen uns.